Das Yoga-Lexikon wiki.yoga-vidya.de ist das umfangreichste Yoga-Lexikon, das es im deutschsprachigen Raum gibt. wiki.yoga-vidya.de Das Yoga-Lexikon ist ursprünglich entstanden aus einer Idee, das gesamte Wissen des Yoga der Menschheit zugänglich zu machen. Es gab mal einen Yogameister namens Swami Vishnu Devananda, das ist mein Meister gewesen, und der hatte das große Ziel gehabt, eine sogenannte Enzyklopedia of Yoga Science and Yoga Therapy zu erstellen. Und er hat auch einige Jahre immer wieder Diktate gemacht über Einträge, Beiträge zu einem Yoga-Lexikon. Leider hat er diese Welt verlassen, bevor er mit dem Lexikon fertig war, und leider ist mit diesen Kassetten, mit diesen Aufnahmen meines Wissens nichts passiert. Und so haben wir bei Yoga-vidya dieses Projekt von Swami Vishnu Devananda aufgegriffen und wollen ein deutschsprachiges Yoga-Lexikon etablieren. So gibt es inzwischen mehrere tausende Sanskrit-Begriffe, die im Yoga eine Rolle spielen, die gut, wo es längere Artikel gibt. Meines Wissens gibt es da inzwischen 3000 Artikel zu wichtigen Yoga-Ausdrücken auf Sanskrit. Wir haben zu 80.000 Sanskrit-Wörtern, Kurzdefinitionen und Übersetzungen. Wir haben zu 3000 Eigenschaften und Tugenden letztlich Einträge aus Yogasicht für etwa 2000 Laster- und Schattenseiten. Es gibt knapp 3000 Einträge zur Naturheilkunde aus Yogasicht. Wir werden vermutlich ein Lexikon der 1008 Asanas aufnehmen. Wir haben dort schon einige hundert Asanas in unserem Yoga-Lexikon. Wir haben inzwischen mehrere hundert Mudras-Einträge im Yoga-Lexikon. Wir haben die Bandhas, wir haben die Kriyas, wir haben Artikel über die verschiedenen Yoga-Meister, verschiedene Yoga-Konzepte und so weiter. Also unser Ziel ist es, ein umfassendes Yoga-Lexikon zu erstellen und das ist schon relativ weit. Und es ist vollständig kostenlos. Das Yoga-Lexikon wiki.yoga-vidya.de ist wie ein Wikipedia im Yoga-Bereich. Aber es gibt einige Unterschiede zum Wikipedia. Wikipedia hat ja den Anspruch der weltanschaulichen Neutralität. Und wenn immer dort irgendetwas steht, was irgendwie etwas über alle Maßen lobt oder einseitig erscheint, wird es sofort gelöscht. Oder wenn irgendwas nicht für relevant aussieht, dann wird es auch gelöscht. Ursprünglich wollten wir uns ja bei Yoga-Vidya beteiligen am Wikipedia. Nachdem wir aber stundenlange Arbeit damit gemacht haben und dann Beiträge einfach gelöscht wurden, haben wir gesagt, dafür ist unsere Zeit zu schade. Und so haben wir unser eigenes Wiki aufgemacht und auch du kannst daran teilnehmen. Wenn du über irgendeinen Aspekt des Yoga einen Artikel schreiben willst, dann schreib ihn doch und schick ihn uns zu. Unser Yoga-Lexikon ist auch nicht weltanschaulich geprägt. Du musst nicht aus der Shivananda-Richtung sein. Du kannst aus deinem eigenen Standpunkt das machen. Und bei manchen Artikeln von uns gibt es auch verschiedene Standpunkte. Da siehst du Swami Shivananda über das, Heinz Grill über das oder Swami Chidananda darüber und so weiter. In diesem Sinne, wir wollen in unserem Yoga-Lexikon auch eine Pluralität haben. Wenn du also etwas wissen willst über Yoga, höchstwahrscheinlich findest du in unserem Yoga-Lexikon schon einiges. Und wenn du etwas nicht findest, schreib uns etwas. Oder wenn du etwas ergänzen willst, schreib es auch. Oder wenn du einen Wunsch hast, worüber wir schreiben sollen, lass es uns auch wissen. Schreib eine E-Mail an wiki-yoga-vidya.de Also w-i-k-i-at-y-o-g-a-v-i-d-y-a-punkt-de o-i-k-i-a-t-r-i-d-a-j-k-i-ei. Vielen Dank.